Welche Daten bekommt der Empfänger? Nur jene, die sie wollen. Sagen wir sie wollen in eine Bar und werden nach dem Ausweis gefragt. Mit mir übermitteln sie nur jene Informationen, die relevant sind. Der Türsteher sieht auf seinem Handy nur ihr Foto und die Tatsache, dass sie volljährig sind. Namen und Geburtsdatum bleiben geheim. Das geht den Türsteher ihr auf nichts an.